Moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Bausimulator. Wir haben in der letzten Folge noch hier die Paletten vom Baustoffende abgeholt und jetzt müssen wir noch zum Segel wegfahren, um dort zweimal Fichtenholz leisten zu holen. Oder Bretter. Verstand ist ein bisschen falsch. Gelber Transporter. Halt nur noch mal kurz. Marktabend. Brötchen. Ich hätte gerne zwei Stück Käsekuchen und eine Käsesemmel. Danke. So, was haben wir hier? Ach, der Käse stand. Okay, ich hätte dann bitte zweimal Gaula, also zwei Kilo Gaula, zwei Gramm, äh, 200, äh, zwei Kilo, äh, Schimmelkäse und 100 Gramm Mozzarella. Danke. So, was haben wir hier noch? Und noch mal ein Brotstand. Ach, Äpfel und Tomaten und Kartoffeln. Okay, nehme ich hier bitte schön, äh, ein Kilo Äpfel. So. Und hier eine Pommes zu mitnehmen, bitte. Danke. So, haben wir alles. So, ach, zack. So, ach, zack. So, ach, zack. So, ich kann heute nicht fünfmal, fünf Meter zweimal. Dann durchs Fichte fünfmal, fünf Meter. Zweimal. So. Man sollte auch kaufen. So, ich kann heute nicht nehm... Pero ich möchte auch padrufen. So. So... So. So, ach, bye zu... Okay. So, schön behutsam und vorsichtig. So, schön behutsam und vorsichtig. So, schön. So, schön. So, schön. So, auch wieder zurück. So, schön. 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 Okay. Okay. So. Jetzt noch die zwei. Letzten. Dinger. Kandhölzer. Oh. O. Okay. So. Wir machen es jetzt mal auf eine schnelle Art. Wir machen es jetzt mal auf eine schnelle Art. Wir machen es jetzt mal auf eine schnelle Art. So. 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 So.